Eine künstliche Intelligenz, also ChatGPT, bestimmt heute einen Tag lang, was ich esse. Aber bevor wir an das Video rein starten können, muss ich ChatGPT jetzt erstmal fragen, bin ich schlau? Es wäre unfair, ihre Intelligenz aufgrund einer kurzen Unterhaltung zu beurteilen. Intelligenz ist vielschichtig und kann auf unterschiedlichen Weisen zum Ausdruck kommen. Und wir fangen direkt jetzt mit der ersten Mahlzeit an. Es ist jetzt 9.35 Uhr und ich ahne schon, dass ich eventuell einkaufen gehen muss. Okay, befehle mir eine Mahlzeit, die ich heute frühstücken soll. Befehle. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie wäre es mit einem gesunden Frühstücks-Smoothie aus Beeren, Banane, griechischen Joghurt und etwas Spinat? Ach, ich muss einkaufen gehen. Ich muss halt, glaube ich, öfter noch einkaufen gehen. Aber gut, das muss ich jetzt wohl machen. Oh, ich habe keinen Bock, jetzt einkaufen zu gehen. Ach, Mann. Aber mein Einkauf kommt gleich. Aber da habe ich keine Beeren, Bananen, griechischen Joghurt oder Spinat. Spinat? Na ja, dann warte ich jetzt noch, bis mein Einkauf kommt. Zeige euch den noch schnell. Und dann kaufe ich den Kram hier ein. Übrigens sind seit dem letzten Video wieder zwei neue Kanalmitglieder dazugekommen. Dora Schrader und ein neuer Major, Marc Umland. Ich bin euch dafür sehr dankbar. Und das sieht so schön aus in den Kommentaren, wenn da dieses Abzeichen da ist. Okay, ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht. Jetzt muss ich meinen faulen Popo gar nicht rausschwingen. Ich bestelle mir das jetzt einfach bei Flink. Ist ja viel einfacher, ist keine Werbung. 40 Minuten, so schnell wie möglich. Naja, los geht's. Jetzt bezahlen. Bestellung bestätigt. Voraussichtliche Lieferzeit 10.25 Uhr bis 10.35 Uhr. Man muss nur wissen, wie. Schon krass, was heutzutage möglich ist. Auch diese künstliche Intelligenz, also mit der ich jetzt hier das Video mache, die macht mir manchmal echt ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, aber diese Sache, die schützt mich. Die weiß einfach alles. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen künstlichen Intelligenzen haltet. Ich bin echt gespannt, was da in Zukunft alles noch auf uns zukommt. Das kann eigentlich nicht gut werden. Das kann viele Sachen erleichtern, aber ich glaube, da stecken auch viele Gefahren dahinter. Also mir persönlich macht das echt ein bisschen Angst. Die Lieferungen kamen einfach gerade gleichzeitig. So, und dann schauen wir uns hier mal den Einkauf an. Viel Steak, Hähnchen, Leber, Hackfleisch, Eier, Lachs, 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 Lachs. Hier ein paar Beeren, ein paar Zero Energies. Zero, Zero. Dann habe ich mir mal Butterschmalz zum Anbraten geholt. Und die andere Bestellung hier für unsere erste Mahlzeit. Der Spinat, die Beeren, Bananen und griechischer Joghurt. Und den machen wir jetzt. So, jetzt kommen hier erstmal ein paar Beeren rein. Okay, okay, reicht. Stopp. Okay, okay. Es sind viele Beeren jetzt. Naja, egal. Noch mal eine Banane. Spinat. Ich glaube echt, ich habe zu viele Beeren drin. Jetzt noch griechischen Joghurt. Griechischer Joghurt ist echt nicht verkehrt. Ich mache jetzt zwei rein. Und jetzt ab in den Mixer. Ich glaube, ein bisschen Wasser muss noch rein. Ich muss erst mal Eis stecken hier. Das wird nie benutzt, das Zeug. Auf los geht's los. Nützlich. Ich glaube, da muss noch mehr Wasser rein einfach. Noch ein neuer Versuch. Ich bin echt mal gespannt, wie der schmecken wird. Ich habe hier ein Bierglas. Power Smoothie hier. Prost. Ja, könnte ein bisschen süßer sein. Aber gar nicht mal verkehrt. Ich habe hier eigentlich jetzt eine echt krasse Portion. Süßstoff da. Ich habe, glaube ich, nicht mal Süßstoff. Egal. Schmeckt. So, jetzt starte ich meinen Livestream. Ich bin recht spät dran. Jetzt ist es schon dreiviertel elf. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich heute drei Mahlzeiten brauche. Wahrscheinlich reichen zwei aus. Dieser Shake ist einfach nur mächtig. Ich hätte nicht so viel reinmachen dürfen, ey. Mein Stream ist jetzt vorbei und ich hatte eine echt krasse Erkenntnis gerade. Hier erstmal kurz die Stats. Ich war zwei Stunden, zehn Minuten live und hatte in der Zeit 131,97 Dollar. Fünf neue Abos, 10.300 Zuschauer und 141 Schenkende. Normalerweise esse ich um die Uhrzeit noch nichts oder nehme irgendwelche Kohlenhydrate zu mir. Ich hatte durch diesen Shake viel, viel weniger Energie als sonst. Weil wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann schießt der Insulinspiegel nach oben und flacht dann direkt wieder ab. Also es war jetzt für mich gerade richtig cool, das wieder zu merken. Ich esse normalerweise mittags um meine erste Mahlzeit, wenn überhaupt. Manchmal faste ich auch bis zum Abend durch. Ich habe viel mehr Power dadurch. Viel mehr Power, wirklich. Also entweder mittags nur Fett und Eiweiß und keine Kohlenhydrate oder gar nichts. Viel mehr Power. Und übrigens ist es jetzt nicht mehr lang bis nach Thailand. Ich freue mich so. Ich werde nächste Woche vielleicht ein Q&A machen als Video. Also falls ihr irgendwelche coolen Fragen habt oder euch irgendwas interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt alles fragen, ich bin offen. Mein Call ging jetzt recht lange, fast eine Stunde. Und ich habe jetzt schon 6.500 Schritte. Ich laufe jetzt noch ins Fitnessstudio und vorher gucke ich mal, was es heute noch zum Essen gibt. Da bin ich echt neugierig. So, ChatGPT. Nenne mir eine Mahlzeit für mein Abendessen. Wie wäre es mit gegrillten Hühnchen und Gemüse? Das klingt doch gut. Hähnchen habe ich sogar noch zu Hause. Gemüse, Gemüse. Habe ich glaube ich nichts mehr, muss ich später nochmal einkaufen. Ich könnte höchstens den Spinat von heute Morgen noch machen. Mal gucken, aber jetzt gehe ich erstmal trainieren. Ich habe die Woche Deload, also recht entspannt. Gurken sind ja auch Gemüse. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Sieht richtig lecker aus, finde ich. Und ich fand es eigentlich ziemlich witzig, heute ChatGPT mal entscheiden zu lassen, was ich esse. Wenn ihr das auch so cool fandet, dann mache ich das gerne nochmal und nächstes Mal mit mehreren Mahlzeiten. Der Shake heute früh war einfach so mächtig. Schaut gern noch bei meinen letzten Videos vorbei, würde mich mega freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.